Hallo Freunde und Herzlich Willkommen zu meiner 17 Folge Clash of Clans Und ja, was ich immer am Anfang nicht sagen will, wir sind wieder live Leute Beim letzten Mal hatte ich mal Folgen vorproduziert Wir haben heute den 18.02. bei mir und die Folge kommt auch heute noch am 18.02. bei euch Zum Beispiel gestern die Folge hatte ich zwei oder drei Tage schon davor aufgenommen Immer vorproduziert halt und heute die Folge ist live Ja, wir wurden nur zweimal angriffen, bin ich echt wenig Ihr seht schon vor zwei Tagen und dreißig Minuten Ich war schon lange nicht mehr online mit meinem Account So, zuerst mal, wenn ich selbstverständlicherweise die Juwelenkiste weg Und wir sind in keiner Liga Wir müssen es schaffen, das habe ich gerade noch geschrieben Nehme auf, nehme auf So, ähm, ja, ich würde jetzt mal, ähm, sagen, was ich vielleicht noch sagen kann, wie ihr vielleicht hier schon erkannt habt Hat man ja nur das Android Update gekriegt Ihr seht schon an der anderen weißen Tastatur Und, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an Sorry Leute, bin noch ein bisschen erkältet So, also wenn man bekommt, bekommt man den Ganzen Und wenn man verliert, die Hälfte, glaube ich Ja, kann sein Ja, wenn man gewinnt Oh, jetzt gerade ein Angriff live von Victoria Ja, die habe ich in den letzten Kleinkriegen nicht so angesufen Jetzt sind sie wieder dabei, auf jeden Fall geil Und, ja, ich würde sagen, ich glaube, die Schöpfleisterne Ah, das sind auch die Klartruppen Ja, komm, der hat Magier Der hat Magier, es müsste was werden Ähm Ja, in der Folge haben sich ein paar Leute gewünscht Die gerne in der Folge besucht werden möchten Dachte ich mir, das mache ich mal hier in der Folge Besuche mal ein paar Leute Hat jemand einen Fünferballon Ja, nur ein Heiltrank Ah, die Riesen-Gesetz, ja, ist okay Ist okay, wird geheilt Ja Warte Ich auch Ja, super, Schreibfehler drin So, das müssten sichere drei Sterne sein Das wird ja nur noch der Magier-Tom Äh, ich meine der Bobi-Tom Oh, das ist mal was weggeflogen Okay, das ist ein sicherer Sterne, das zeige ich uns nicht mehr zum Ende Das wird ein sicherer Sieg von Victoria Ja, der Kleinkrieg sieht endlich mal gut aus Da bin ich echt glücklich Ob er noch Kleinkriebeute Boah, okay Nur Ballons habe ich jetzt einfach mal gefordert Und Update Ich verstehe nicht, wie das wegmachen kann oder so Das kommt jetzt bei euch da oben rein Ja, ich kann leider ein Android Update Kann ich mein Handy nicht mehr auf lautlos stellen Dann kommen die Nachrichten bei euch mal rein Das ist voll scheiße Das ist scheiße an dem Update Aber richtig kacke Da sind ja meine WhatsApp Nachrichten Och komm, Alter Scheiß Update Jetzt regt mich grad echt das Update auf Das Update regt mich auf Jo Leute, ich würde sagen Bis die Truppen ausgebildet sind Man, da besuchen wir mal Leute Wir haben ja das gesagt, wir besuchen mal Leute Ähm, ja Fangen wir mal einfach mal an Der Erste hat mir geschrieben So, wir gehen mal auf Clan Clan suchen Er hat mir geschrieben Also er heißt auf YouTube Er hat mir so eine Liste gemacht Ich weiß eigentlich, wie man sich ausspricht Buong Bui Oder so Keiner Ahnung Der wird geschrieben P-H-U-O-N-G Leertaste B-U-I Keiner Ahnung, wie man sich genau ausspricht Und er ist in dem Clan Eeeh So E-Li Te Elite Leia So Suchen wir So haben wir jetzt zumindest geschrieben Ja, genau das ist er Das Erste Das ist er Und er heißt auf YouTube Äh Auf In seinem Clan heißt der Boah Ach du Scheiße Ach du Scheiße Der Clan ist nicht schlecht Der ist nicht schlecht Ja, der heißt auf YouTube Äh Auf Äh Hier Clank of Clans Buong Oder wie man auch immer ausspricht Tut mir leid, dass ich hier Freude ausspreche Boah Das ist ein Hammer Clank Wie Pokal ist der denn 1.400 Ah, schade Können wir uns nicht überlegen Vielleicht kann ich ja auch mal ansteigen Wie er genau mal ausspricht Weiß ich nicht Ob ich nochmal einen Clan Krieg mitmachen darf Und mal kommentieren darf Hier ist er Gespendetruppen Meine 1.000 Und Truppen erhalten 400 Alter So neue Leute liebe ich Die sind richtig cool Weil Da kriegst du immer schon Truppen Und so In meinem Mein Plan ist er jetzt leider nicht so Ich hatte nämlich 1.800 Gespendetruppen und 400 erhalten Oder so Das ist dann nicht ganz so gut Oh, der hat ja X-Bögen Level 2 Das ist dann draußen Ja, dann ist der Okay Hat 3 Sterne geholt Perfekt Daumen hoch Daumen hoch So Ähm Ja, Margeton Level 7 Ist auf jeden Fall Nicht schlecht Nicht schlecht So So Dann wäre das der erste Den wir besucht hätten Clan Der nächste Ach, den nächsten Anlose meinem Clan Das wäre einmal der Nils Hab ich schon aufgeschrieben Es gibt 2 Nils in unserem Clan Wir machen das mal ein bisschen schneller Sonst das nicht feucht Lachen Äh, ein bisschen Naja Erster Nils Keiner Ahnung Das ist hier Suchen Hier seht ihr sein Dorf Dann war doch angegriffen Hat den Bogen nur geschützt Keine Ahnung warum genau Vor allem jetzt Rathaus Gestehen an der Mitte Ja Wollt auf jeden Fall schon mal angegriffen Dann geht's Ab nach Hause wieder Und Ja, da es 2 Nils gibt Muss ich den anderen Nils auch noch besuchen Das ist der hier Besuchen hat nichts gespendet Besuchen wir denn mal Ach, das war der gleiche Och, komm Mann, jetzt verschwende ich Die ganze Zeit mit Besuchen Das wollte ich doch gar nicht Das wollte ich gar nicht Hm, da ist der andere Nils Hier ist der andere Nils Besuchen Jetzt habe ich fast auf Rausschwerfen geklebt Er wird auch platt gemacht Er ist mit solchen Leuten ein bisschen nervig Ich weiß aber nicht Ich hatte nicht Ja Ja, Leute Es kommt da 12 neue Nachrichten 2 Schätze Es kommt dann immer irgendwann Privaten Kontakte über WhatsApp Auf jeden Fall gut Ähm, jo Ich würde sagen Hi YouTube Hi YouTube Hast du auf Bande Heiko Ja So Dann heißt es schnell weitergehen Ich kann mich jetzt eine Verbesserung vorstellen Oder zu der Base gehen Weil ich bin's Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit besuchen So, nächster Wollten wir besuchen Indem ich der FRG FRG Hier ist er Jo Auf jeden Fall Gespendetruppen So halt finde ich echt cool 238 Gespendetruppen Truppen erhalten 20 Die Truppen gespendet werden Jetzt werden ja mal wieder zurückgesetzt Auf jeden Fall Solche Leute liebe ich beim Clan Die immer schön viel spenden Und so weiter Jo Ähm Tut mir leid Ich könnte mir keine Verbesserung vorstellen Oder irgendwas mehr geben Weil ich Wie gesagt Keine Zeit jetzt hab So Weil ich möchte dich die ganze Zeit besuchen Ah ja Niklas Schinner Guck mal halt Ja Spendenweil sind auch okay Sorry Leute So Ist auch nicht schlecht Also auf jeden Fall besser als ich Ja aber meinem Achso ich rede gerade vom ersten Von meinem ersten Account Sieht man nämlich besser Die Mauern uns nicht auf Jawohl das will wir noch Beim ersten Account Ne dem ehrlich Ähm So Tim Der letzte Tim 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 da bist du Truppen Tim Wenn du das Video guckst Schau mal bitte auf den Spend Weil Dann können wir weiterreden Sonst muss ich dich kicken Weil Da kann ich Sorry Aber da kann ich nichts machen Das ist ein bisschen doof Für den anderen mit mir Im kleinen Ja und dieses Dorf Mal wenn ich mal zu Was zu sagen Finde ich nicht so super Ganz weil hier der Magie Tom nicht so gut geschützt ist Aber ist ja sein Scheinlich die Mauern Na ja Ein bisschen überflüssig Ich bin jetzt auch nicht Ein super Typ Verbesserungsvorschläge Aber okay Leute Ich hab jetzt alle besucht So 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 Leute Dann machen wir mal Irgendwas anderes Was sollen wir machen Wir besser mal wieder Achso wir bessern Wir machen jetzt mal Ich mein Cut würde ich sagen Ja wir machen Cut Wir wollen ja angegriffen Leute Die andere Von mir angegriffen Wollen sind Zeige ich euch gar nicht mehr Ihr seht ja auch ne Loot Weil Das geht nicht Leute Das geht hier in der Folge Das geht zeitlich alles nicht Und so Tut mir leid So Ein bisschen einfach mal Alles hier weg machen So Dann heißt Vielleicht Kleinkrieg Angriff Ich glaube wir liegen vorne Auf jeden Fall Niemals ein Cut Bis die Truppen Ich guck mal wie lange die brauchen Wie lange brauchen unsere Truppen Ja wir brauchen noch kurz Ich meinst kurz ein Cut Bis gleich So Leute Truppen sind gleich Kampfbereit Und ja Wie ihr seht Hab ich gerade mal hier Die Riesen mit Bogi Kurz getauscht Da wollte ich jetzt nicht Mal für die Auflaufe starten Dass ihr seht Ich die Bogi mit den Riesen tausche Ja ähm Neue Klarnachrichten Ähm Okay Okay Ah Ähm Ich hab Du musst Du ihm sagen Ich hab Ich hab Hier auf meiner Liste stehen Äh Base Pumper Oder wie der Meist Ähm Ja Heute Jetzt Heute Jetzt Besuche Aber Nur die Die Sich Bei Mir Gemeld Nein Nein Leute Hoffentlich Gemeldet haben Hätte ich eigentlich noch schreiben sollen Hoffentlich kommen jetzt wieder alle Besuch mich Besuch mich Besuch mich So Wir besuchen noch schnell den Jetzt sind wir das Rest Wir haben eine Folge Schnell besuchen Schnell besuchen Ja ähm Ich weiß nicht ob der mich bei mir angemeldet hat Hat er es aber gerade noch mal kurz geschrieben Ich besuche dich mal kurz So Radio Level 7 Ach so Mist Tut mir leid Tut mir leid Ich sollte dich noch gar nicht besuchen Ich sollte dich noch später Tut mir leid Leute Aber Er wollte mir nämlich sagen Er hat mich Rathaus Auf Level 7 Und hat alle Sachen die gehen Auf Level 7 An die gehören geht das dir nicht Magisch um Level 4 geht alles durch Der muss dann Rats aufwässern Sonst kann ich nichts mehr aufwässern Außer diese paar Mauern Tut mir leid Dass ich dich jetzt schon nicht besucht hab Ich sollte dich eigentlich erst später Aber tut mir leid Aber auf jeden Fall Guck mal was der hat Leute Guck mal hier Kaserne Level 9 Level 9 Das ist richtig heftig Weil halt immer Weil er halt Nicht zum Radius Die ganze geupdate hat Sondern die Sachen die halt gehen Auf dem Radius Level Nicht schlecht Die ist kurz rausgegangen Ähm Ja wir müssen mal wieder ein Kerl kriegen Wenn das stimmt So ich greife jetzt an Ich greife Jetzt CK an So es wird mich jetzt knapp Es wird mich knapp Das ist noch eine Aufnahme schaffen Jo ich muss mal gucken Wenn die noch nicht platt gemacht worden ist Oh nein 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 Die wurden schon alle versucht Ja das wäre das erste Mal Dass wir das Ding nach Hause nehmen Ja das wäre unser erster Kernsieg Oh Scheiße Ich muss Ich muss wirklich jemand angehören Wenn der Leidenschaftssterne hat Denn Denn Die sind alle so gut Dann muss ich den ja nehmen Nein Ach komm Dann muss ich den Ach jetzt guck ich die Wiederholung an Ach so scheiße Das wird hart Ich muss mich auch jetzt beeilen Ich muss mich beeilen Ich muss mich beeilen Leute Haben wir den Ballons Level 5 gekriegt Ach komm 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 Leute Machen wir Ich bin wieder Ich bin wieder Äh Rallern Tief Ich bin mir nicht ganz sicher Ob wir das schaffen Ist mir jetzt egal Ist mir eigentlich nicht egal Aber wir haben die Ballons Boah Leute Sollen wir das machen Wir müssen Wir müssen Ist mir jetzt egal Leute Wir machen das jetzt Wir machen das jetzt Leute Klänke Ihr kennt mich Ich mache immer Risiko Okay Mir ist glücklich Dass wir nicht so viele Landtruppen Auch noch nicht so gute Komm Sitz 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 Müssten sie schaffen Schon verteilt Dass wir die Magier Nicht alle tot kriegen Komm 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 Magier tot Perfekt 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 So das wäre geschafft Jetzt die 5 Riesen Und Sollen wir jetzt schon die Ballons 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 nach Ballons Level 5 Und letztens hatten wir Ballons Level 6 Glaub ich Deswegen Bin ich da zuversichtlich Ja Komm Schieß auf die Riesen Schieß auf die Riesen Schieß auf die Riesen Ja Die interessiert die Ballons nicht Scheiß Ich schieß auf die Ballons Erstmal Ich danke an die Ballons Die Ballons geht richtig schon ab Finde ich richtig cool Auf jeden Fall Ja man sieht's Geilo geilo Okay Das müsste ein Sieg werden Ich weiß nicht wie das mit der Zeit ist Habe ich in der Ecke was übersehen Ne Habe ich nicht Habe ich nicht Das ist ein Sieg Danke an denen wir die Ballons gehen Weiß ich mal wieder nicht mehr Hab ich schon wieder vergessen Jo ich hoffe dass die Ballon jetzt nicht mehr aufstürzt Bitte überlebt Bitte überlebt Bitte überlebt Nein Nein Leute Es tut mir leid Die Folgen werden wir mal zu lange Wir sagen wir schon wieder eine Folge von 15 Minuten Bisschen kacke Aber okay Ist halt so Kann man nichts machen Ich meine Kann man eigentlich schon was machen Aber Naja So bei all dem Ich kann es beim Klänkelein Nur einmal angreifen Wenn es morgen früh So ergibt Dass wir wirklich einen Notfall Machen müssen Ich zweimal angreifen muss Beim Klänkelein Dann werde ich morgen früh Keine Ahnung Mal aufnehmen Oder so kurz Muss ich gucken So Ach komm Das ist so eine lange Folge Ich mag es auch nicht Wenn die Folgen Mal so lang sind Weil ihr Ihr magt Ich meine Ihr guckt euch auch nicht Wenn die Folgen Eine halbe Stunde Guckt euch die auch Bestimmt nicht an Aber da kann man jetzt Nichts ändern Gerade Ja wir wollten halt noch Leute besuchen Und so Dann ist es alles ein bisschen Zeitlich halt so gegangen Ich meine Ging halt nicht anders Aber Naja 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 Wenn wir dann immer so viel machen Da kann man auch so viel machen Und deswegen Will ich dann immer sage Ich bin dann noch Ja komm Machen Wer noch einen Anruf Und so Vielleicht hat es auch noch Spaß Selbstbild auf jeden Fall Das will ich dann nicht machen Aber Jo Boah Das ist echt 5 Level 5 Der ist so geil Der Ballon Der ist so geil Wir haben jetzt Der kommt Wo ich übrigens auch noch zweimal angreifen Hab ich das andere nicht Komm beeilt euch mal Ich möchte die Folge Nicht so lang machen So Das ist eine 16 Ne Eine 15 Minuten Folge Ich würde nicht sagen Da reg ich mich ein bisschen Du auf So 100% Perfekt Der geht Ach komm Das kann ich jetzt nicht mehr zeigen Das kann ich jetzt nicht mehr zeigen Äh Klein Yo Aha Sehr gut Heiko Supi Okay Folge Ist Vor Bei Jo Auf jeden Fall Geiler Äh Noa Danke Mein ganzes Kleid mit dir Alter Ich liebe dir Vorher an den anderen Das ist ein richtig geiler Kleid Finde ich richtig cool Ihr dürft natürlich gerne auch reinkommen Aber wie ihr schon seht hier Jo Äh Ach man Ich hasse das immer probiert Ja 47 Mitglieder Komm Geh weg Du scheiß Teil So Ähm So Wir haben alle Lager vor Wir werden garantiert angegriffen Aber da kann ich jetzt nichts machen Leute Ich hau jetzt einfach nochmal Wo geht es rein Doch man Ich Ich mag das nicht Wenn die vorwiegen mir so lang sind Ich mag das einfach nicht So Ich setze auch jetzt raus Aufbessern Schaut mich mal bei YouTube So Wir machen jetzt nochmal unser Lager leer Ganz ehrlich Ich mache einfach mal leer Äh Jo Zwei Stunden machen wir jetzt einfach mal Alles einfach leer Alles einfach leer Ich kann euch jetzt nicht mehr das zweite Mal angreifen Wir sind nochmal in der Folge Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich sehr bei dem Positiviert Und freund Ach so schön Sieben Minuten Tut mir leid Leute Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal